So langsam, was ich für die Linie tierisch offen bin, ist hier gerade auch nichts los. Kürzer müssten sie auf jeden Fall, aber ich lasse die mir jetzt abschneiden. Kaputt sind sie auch schon wieder, aber da muss einiges runter. Dann kommen wir aus der Augenkippen und schnitten es eigentlich auch mal wieder rein. Und so ist es auf jeden Fall nicht zufriedig. Doch, da kommt einiges runter. Frisur to go, oder wie heißt das dann? Ja. Ja. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ich nicht übersehen werde. Ne, das stimmt. Also jetzt kommt die... Okay. Die Schere will nicht mitmachen. Das ist keine Haarschleicheschere, das ist eine Paketschere. Der Umhang, der Umhang kommt. So. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR